Ich freue mich in der Tat, dass ich jetzt hier bin und diesem gemeinsamen Ziel versuche natürlich alle meine Kraft und ich habe jetzt genügend Kraft, weil ich eine gewisse Zeit lang halt auch nichts mehr gemacht habe, dafür einzusetzen, Hannover da wieder hinzuführen, wo sie hingehören, nämlich in die erste Liga. Das ist das ausgemachte Ziel, das war es von Anfang an und das soll es auch natürlich auch weiterhin sein, weil natürlich viel spekuliert wird. Ich auch nicht vermeiden kann, dass halt auch in den nächsten Tagen spekuliert wird und ja eigentlich man lesen konnte in der einen oder anderen Mitteilung der Presse heute, dass eigentlich heute schon ein neuer Trainer hier vorgestellt wird. Deswegen bin ich dem zuvor gekommen und habe gesagt, dass unser Trainer am Samstag auf der Bank sitzt und alles weitere werden wir sehen. Ich kann Ihnen ja noch nicht mal beantworten, ob ich am Samstag auf der Bank sitze oder eventuell auf der Tribüne. Jetzt gilt es, die Neuausrichtung zu beginnen, immer mit der klaren Prämisse, da sind wir uns auch einig, dass wir natürlich dieses Ziel direkter Wiederaufstieg ist natürlich die Basis aller Überlegungen, aller Entscheidungen.